Irgendwie ist auf dem PC-Monitor nie genügend Platz, um alles übersichtlich darzustellen. Drum lagern Sie einfach aus mit dem praktischen Zusatzmonitor von Summikon. Der kleine, kompakte Bildschirm macht auf jedem Schreibtisch eine gute Figur. Mit der integrierten USB-Grafik ist er auch ein guter Partner fürs Notebook. Auf dem praktischen Zweitbildschirm verfolgen Sie neben der Arbeit bequem das Chatfenster, den Posteingang, den Media Player oder andere Programme, die auf dem großen Bildschirm stören. Die Installation des kleinen Helfers ist schnell erledigt. Per USB-Kabel wird er einfach mit dem PC verbunden. Die passenden Treiber liegen bei und die Konfiguration läuft wie vom großen Display gewohnt. Eine kleine Anschaffung, aber ein enormer Luxus bei der Arbeit am PC. Mit dem Zusatzmonitor haben Sie immer alle Programme im Blick und lästiges Fenster öffnen und schließen ist somit endlich passé. Bis zum nächsten Mal.